Jawoll! Jawoll! Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von NSMBU, die Mario-Freundler werden sich jetzt sehr freuen. Denn es geht mal wieder weiter mit NSMBU. Ich hoffe, ich habe gerade die richtige Welt selected. Ja. Und wir waren ja im letzten Part hier stehen geblieben. Ich habe jetzt schon sehr lang kein Mario mehr gespielt. Ich will mal kurz was sagen. Ich mache jetzt den Uploadplan, die Regelung des Uploadplanes. Und ihr hättet mich sehen müssen, wie ich in Donkey Kong Country Returns, weil ich das schon sehr im Voraus aufgenommen habe, gefailt bin. Das ist... Das war so abnormal. Oh, Junge. Das hättet ihr sehen müssen. Pilz weg, Eichelpilz rein, oder? Was meint ihr? Jawoll! Dann müssen wir jetzt nicht mal extra Level dafür machen. Inventar. Gut. 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 Und... Oh, fuck. Ich... Ja... Ja... Was ist das nächste? Drei. Oder vier. Ich glaube, drei. Aber ich bin mal kurz weg. Äh, Moment. Ich bleib sogar dran. Ich gehe nur kurz... ...das Gamepad einstecken. In eine Steckdose, weil es gerade... ...kaum noch Akku hat. Okay, weiter geht's. Feisthörnchen... Grobe. Was für ein Ding? Ich wette. Ja, Mann. Ich habe da so eine... Moment. Also offensichtlicher geht's wohl nicht mehr, oder, Nintendo? Und jetzt? Also... Perfekt! Jawoll. Wie geil. Ich habe es noch drauf. Komm mal hierher. Noch in uns. Nein, du gehst jetzt hierher, ja? Das ist so eine kleine Challenge. Ich weiß, glaube ich, wie das noch ging. Tatsächlich. Nicht mal... ...ne Stern... ...Münze. Peace, Witch. Jetzt aber. Jawoll. Das ist ja mal richtig einfach. Oh. Wie geil. Ach, scheiß. Auf das ab. Ah, tatsächlich. Hier ist wirklich was. Das ist aber einfach. Ja, und jetzt? Wow. Und es war ja voll schwer, ne, Leute? Voll schwer. Wow. Voll schwer. Das war so schwer, Digga. Ich... Das war voll schwer. Das war so schwer. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Secret Exit oder sowas vergessen. 211 kriegen... ...ein extra Item. Hey. Tausend Dank für deine Hilfe. Hier, greif zu. Nein, danke. Nein, nein, nein. Nee, es sieht nicht so nach Exit aus. Nein, 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 nein. Kein Exit. Sondern nur ein Pilz. Nee. Dunkle Blockade. Oh. Ich... Nein, oder? Oh. Scheiße. Jawoll. Moment, kann ich jetzt durchgehend einen Stern benutzen hierfür? Ja, Mann. Wie geil. Nein, kein... Nein, danke. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu eifrig. Nein! Jawoll. Super. Ähm, ja. Sehr schwer, ne? Sehr schwer, Leute. Sehr schwer. Sehr schwer. Nein. Nein. Oh, scheiße. Ich bin so in den Katzenanzug von Mario bewünscht. Mann. Und jetzt haben wir, glaube ich, sogar noch was vergessen. Nee. Ach, jetzt erst? Ich hoffe, ich habe die Bombe jetzt nicht zu unnötig. So schwer. Doch, habe ich tatsächlich. Oh, Mann. Ja. Nee, oder? Hier sind nur Bomben. Was? Das ist das... Das ist ja mal gar nichts, ey. Was war denn das andere dann? Das muss ich gleich mal gucken, definitiv. Oh, ein Up sogar. Yay. Schon wieder? Oh, yeah. Mario's time. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich den Secret Exit vergessen habe. Ich kriege eh wieder nur einen Pilz. Sowas von. Klar. Ey. Nee, mir reicht es, Leute. Pilze sind mir viel zu höre. So. Dann haben wir auch das. Ja, bitte wegwerfen. Wisst ihr, was wir kurz machen? Komm, wir gehen mal kurz in eine Welt, wo ich zu 100% bereits gespielt habe. Und gucken mal kurz, ob da was ist. Ich starte jetzt extra kurz YouTube zu durchstöbern und so. Und dann für eine Pause zu machen, mache ich jetzt einfach kurz den dritten Spielstand. Da ich doch einfach als nächstes bin. Und da kann ich kurz gucken, ob da nicht was ist. Ich bin nämlich da schon so weit. Diese Animation finde ich auch richtig nice in dieser Welt. Oh, meh. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich versichtlich den falschen Eingang benutzt. Schaut mal, hier ist ein Secret Exit. Nee, sieht nicht danach aus. Alles klar? Weiter geht's. 94 Levels sind zu bestreiten. Ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wie man denn die 5 Sterne bekam. So, jetzt geht es erstmal wieder weiter. Mit Baby, Yoshi. Sollen wir das vor ein Abhaus machen? Nein, das brauchen wir gar nicht. Ey. Oh, dann kommt das nächste inkompetente Schloss. Ballett der Piranha-Pflanzen. Also das wäre nur der. Wow. Theoretisch bräuchte ich den noch gar nicht. Ey, tatsächlich hier ist was. Das ist ein Durchgang. Und die erste Star-Coin. Wie geil. Gibt es dazu vielleicht was? Nö. Mit so einem Eichelpilz kommt ihr hier durch. Ihr wisst, ihr wollt nicht wissen, wie geil das ist. Boah, ey. Wow, von dem Ab habe ich das jetzt gemacht. Yo. Es war einmal ein Mario, der das geschafft hatte. Scheiße. Wie geht das nochmal? Brauche ich diesen Streuhorst da? Hä? Hä? Wie soll das gehen? Ey, komm. Groß werden. Und weitermachen. Ich muss nicht zufällig wissen, wie das geht, oder, Leute? Ey, schon wieder nun ab. Ah, wenigstens habe ich die vollständige Lebenszahl wieder. Ich wollte eigentlich nach... Jetzt bin ich echt überfordert. Den da brauche ich vielleicht. Aber ich weiß nicht. Puh, und da haben wir wieder 1,99. Boah, puh, Alter, was war das? Jetzt auch nix. Hier ist eine Feuerblume. Äh, nicht eine Feuerblume, eine Eisblume. Und was hilft mir die jetzt? Ey, bekomme ich eigentlich nochmal was anderes, außer Aps raus? Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß es jetzt nicht. Ist das jetzt ein Exit, oder was soll das jetzt sein? Tatsächlich. Ein Exit. Wenigstens schon mal ein Exit. Und jetzt, wenn ich noch wüsste, wo mein Handy liege, dann würde ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo das denn... ...nehm, wenn ich dann die zweite kämmen könnte. Beziehungsweise kommen könnte. Ich mach einfach weiter. Das Level ist sehr einfach. Okay, doch nicht mehr. Jawohl, haha, ich hab einen Eichelpilz. Und die Frage ist, wie lang. Ich weiß es jetzt nicht. Wann soll ich hier... Oder ob das überhaupt so gedacht ist. Ja, tatsächlich. Das ist für den Eichelpilz gedacht. Und es ist die letzte? Das würde mich jetzt ein bisschen gerade schockieren. Wow. Und jetzt weiter hier, weiter hier, weiter hier, weiter. Ich muss das ja wieder anschließen. Leider nochmal machen. Irgendwann sieht es ja Tatsache, dass ich jetzt die zweite vergessen habe. Was? Frage, wie lang nehmen wir auf? Nochmal. Das sollte eigentlich ganz einfach sein. Verstecke ich Rush da jetzt einfach durch. Vielleicht wirklich was da oben, was ich fast noch gedacht habe. So, das ist die dritte. Das ist definitiv. Nichts. Hallo, machen wir schneller hier. Und hier ist die erste, ne? Achtet. Genau. Da ist ja nix, ne? Da ist ja nix. Da ist ja nix. Oder das Eichelpilz. Nein. Hä? Ne, das ist auch nix. Und da bekomme ich auch noch meinen Eichelpilz weg. Und ich mache jetzt mal einen Cut, bis ich das gefunden habe. Und so, so, so klingelt gerade das Telefon. Und jetzt haben wir die Starcoin. Und wir haben es. Wuhu! Gut, im nächsten Part gibt es dann noch das Castle. Also das zweite, die zweite Burg. Und gucken wir mal, wie es da noch voranläuft. Es ist ja echt eine große Welt. Aber es ist heute echt gut. Es lief echt gut heute, muss ich sagen. Besser als in Donkey Kong Country Returns auf jeden Fall. Und das ist die erste Welt, wo ich in Donkey Kong Country Returns gerade bin. Also das ist schon ein bisschen... Hashtag blamabel. So, dann sind wir da auch jetzt gleich durch. Jawoll! Sogar mal keine Schnapszahl. Also mit 2, 2 oder 3, 3 oder 1, 1 oder so am Ende. Wuhu! Auch mal neu. Und dann gucken wir mal. Baby Yoshi brauchen wir ja nimmer. Wir haben jetzt ja so gut wie alles. Menü. Sternmünzen. Ja, ja, ja. Nur noch. Ey, nur noch 3. Ja, je. Je. So, dann haben wir das auch alles überall. Sternmünzen. Könnt ihr mal gucken. Ja. 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 36 Sternmünzen. Allala. Nur die Frage ist, gibt es hier noch einen Secret Exit? Nicht wie es aussieht. Wir haben hier noch keinen. Das wird euch dann noch alles im nächsten Part herausstellen. Wir gehen jetzt noch zur Burg. Und im nächsten Part gucke ich dann, ob wir einen Secret Exit gibt. Oder ob das so bleibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.